Burscht! Party beginnt! Wir haben visuelle Bestätigung. Ist überall dunkel. Nuri wird sich im Panikraum verschanzen. Wo ist das Ding? Ich suche noch. Ich habe zwei mögliche Routen ins Haus markiert. Balkon und Seiteneingang. Ich sende sie auf dein Opfett. Mist! Wir haben ein Problem. Stromausfall! Checkt den Keller! Bewegung! Ach, ich will nicht die blöde Waffe da auf. Oh Gott, jetzt kommen überall Hunde an. Ach, hier können wir gar nicht runter. Das ist sehr gut. Können hier die Leichen da runter? Nö. Da ist der Panikraum. Okay, ich denke mal, dass der weitere Weg der etwas einfachere sein wird, oder? Joa, Sigi. Da ist er nichts finden. Hier ist nichts. Hier ist nicht. Verstanden. Netzt die Suche vor. Hier ist nichts. Habe verstanden. Such weiter. Eieieiei, ist das jetzt voll hier. Ausfall. Ausfallgegner. Hier ist alles okay. Verstanden. Ich sollte mich vielleicht beeilen. Die Typen gehen nämlich da hinten die Treppe runter. Das gefällt mir überhaupt nicht. So, wen von euch Vögel muss ich denn jetzt hier noch einfangen? Wahrscheinlich den, der da hinten gerade die Treppe runtergelatscht ist, oder? Ui. Hallo. Art ist so ein Scherz. Muss ich wirklich da hinten den Knilch einfangen, oder was? Ah, nee, hier. Den da. Den da muss ich anfangen. Oh, das wird ja, das wird ja ganz einfach. Zwischen den 5, 6 Leuten, die da mit dem rumstreunern. Hm. So, den Knockout haben wir schon mal. Ne, verteilen finde ich nicht gut. Ganz und gar nicht. Okay, die Ränder zu zweit durch die Gegend. Fuck, hier kommt einer hin, oder? Ich werde jetzt mal alle wegschauen, damit ich hier den Körper wegtragen kann. Macht er super. So, wie ich das möchte. Ich meine, ich meine, ich muss nur noch ein bisschen Glück haben. Der kommt nämlich jetzt einfach hier rein. Der kommt nämlich jetzt einfach hier rein. Zack. Bin drin. Bin drin. Ach, guck mal an. Laser. Piu-piu. Da haben wir doch schon die Lasers. Aber hier ist auch die entsprechende Maschinerie, die Lasers nicht ausmacht, weil das... Äh? Ein Telefon ist? Nein. Was soll denn das sein? Ach, Laser sind doch, äh, hier, feige. Hier kann ich auch nicht durch. Okay, hier gibt es wirklich nur zwei Punkte jetzt. Ah, ne. Ja, ja, Abschnitt gesichert. Das sieht mir nach einem komfortablen Zimmerchen aus. Sieh dich mit dem Sichtgerät um. Abschnitt gesichert. Okay, nächsten Abschnitt. Können wir hier nicht irgendwo rein? Wofür ist der denn in das Zimmer? Oi! Was hast du gemacht? Sam, warum? Ich hab doch nur auf Q gedrückt. Also auf in Deckung gehen. Was macht er? Ja, okay, er geht in Deckung. Rym, ein vorgefertigter Panikraum? Ja, aus einer widerstandsfähigen Titanlegierung. Auf deinem Sichtgerät gut zu sehen. Sam, ich hab die Blauprausen überprüft. Nuri hat Laser installiert, die bei Unterbrechung Alarm auslösen. Ach, guck mal, an oben kommt auch einer rein. Das ist ja gut zu wissen. Die gehen überall gucken. Deswegen die Zimmer. Nix gut. Das heißt, wir müssen die so umgehen, dass die uns nicht sehen. Das wird schwierig. Hier liegt 100 vor, irgendwo der USB-Stick. Fuck. Boah, sind das. Ja, genau, gehen wir mal bei der Tür gucken. Wie viele Leute hier sind. Oh oh. So, Quatsch. Suche nach Schwachstellen, an denen du durchbrechen kannst. Ja, ja, tu ich ja. Nur irgendwie, hier sind so drei Millionen Leute. Vor allem der eine, der mir da den Wegblockiert gegeben hat. Ein bisschen am Sack. Ja, mal oben rum. Du gehst nicht die Treppe lang. Oh, da ist ja noch einer. Ohne Spaß. Wieso muss der Spacken hier einfach nur dumm rumstehen? Ja, sicher. Und jetzt kommt einer die Treppe runter. Houston, wir haben ein Problem. Und zwar ein ziemliches. Corbin meint, er könnte in den oberen Etagen sein. Jetzt ist alles okay. Okay, Abschnitt ist sicher. Verteilen uns die Suche ausweiten. Das hast du ja gut gemacht. Ja. Hey, was geht denn hier gerade ab? Aus der tausend Leichen. Ja, geil. Ich meine, was soll ich denn jetzt hier machen? Ich kann ja wohl kaum alle... ...alle ausschalten. Ich meine, gut. Bis jetzt hat die noch keiner gefunden. Hat den da wieder sehen. Hast du ihn gesehen? Keine Spur von ihm. Ich sehe mal nach. Oh, hi. Der Feind muss dort sein. Ich sehe ihn da drüben. Ja. Wir haben keine Munition mehr und der sieht uns gerade, ohne auf uns zu schießen. Da kommen noch so ein, zwei, drei, vier Leute. Ich glaube, ich muss eine andere Route nehmen. Ach ja. Dann versuchen wir ihn mal um. Ja, aus einer widerstandsfähigen Titan-Legierung. Auf deinem Sichtgerät gut zusehen. Sam, ich habe die Blaupausen überprüft. Nuri hat Laser installiert, die bei Unterbrechung Alarm auslösen. Hm? Da kommt direkt der Nächste. Hallo. Was war das denn für ein... Was? Hä? Was ist denn da gerade passiert? Ein vorgefertigter Panikraum? Ja. Aus einer widerstandsfähigen Titan-Legierung. Auf deinem Sichtgerät gut zusehen. Sam, ich habe die Blaupausen überprüft. Nuri hat Laser installiert, die bei Unterbrechung Alarm auslösen. Das kannst du mal vergessen, Junge. Was? Was? Langsam ist das halt echt kompliziert. Ja, aus einer widerstandsfähigen Titan-Legierung. Auf deinem Sichtgerät gut zusehen. Warten wir vielleicht einfach mal her. Sam, ich habe die Blaupausen überprüft. Nuri hat Laser installiert, die bei Unterbrechung Alarm auslösen. Ah, hier kann man eine Leiche verstecken. Sagen wir einen ausgeschalteten Gegner. So, komm du mal mit. Wir gehen mal zusammen in die Waschküche. Da würde dich niemals jemand finden. Zieh dich mit dem Sichtgerät um. Ja, ja, so... Oh, wasch. Da ist noch einer. Ich hoffe mal, von hinten kommt jetzt keiner. Wo ist eigentlich mein Ziel hin? Suche nach Schwachstellen, an denen du durchbrechen kannst. Okay, Schlafgass ist schon ausgewählt. Komm mal mit. Legen wir den erstmal da hin. Dann nehmen wir dich. Oh, fuck. Oh, wehe. Du gehst jetzt in den... In den Laser rein. Ja, das ist mir relativ egal. Ich muss jetzt erstmal hier gucken, da habe ich mir einen halbwegs... ... guten Weg. Freimacher. So. Die schlafen ja zum Glück nur. Machen wir gleich die Türe zu und dann ist gut. Dass hier Waffen rumliegen, ich meine, das ist in so einem Gangsterhaus doch völlig normal. Ne? So, das sieht doch schon gar nicht mal so schlecht aus hier oben. Ist jetzt eigentlich erstmal... ...erst mal freie Bahn, oder sehe ich da irgendwie falsch? Ich brauche jemanden, der bei der Suche hilft. Okay, dann los. Da ist noch so ein Behälter gewesen. Da ist der Panikraum. Ja, wo ist der Stick? Den habe ich noch nicht gesehen. Obwohl die Reichweite... Oh, hier ist noch einer. Okay. Obwohl die Reichweite... ...eigentlich erhöht ist. Ich finde ihn ein bisschen seltsam. Wo kommst du denn jetzt her? Zieh dich mit dem Sichtgerät um. Ja, ja, mach ich schon. Zieh dich doch. Nur die Frage, wie komme ich denn da rein? Hier ist nichts. Geh weiter. Was ist das denn hier? Badezimmer. Ui. So eine schicke Dusche. Suche nach Schwachstellen, an denen du durchbrechen kannst. Ja, hier ist eine Schwachstelle. Ich habe... Da ist ein Datenpaket. Ich habe es gefunden. Wo wäre das denn jetzt? Hey, ich brauche Hilfe bei der Suche. Alles klar. Du drehst dich ja jetzt nicht um und gehst... Oh, macht der wohl. Ich gehe rückwärts. Wat ein Fucker. Nein, 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 nein. Das war zu früh. Was gesehen? Korbin meint, er könnte in den oberen Etagen sein. Ja, ist ja gut, Schätzchen. Ich brauche trotzdem erst das Datenpaket. Ansonsten gehen die Kommentare wieder ab. Wie konntest du das denn übersehen? So, Daten gefunden. Und den Ort zum Durchbrechen auch. Dann machen wir mal hier die Türen zu, ne? Und brechen durch. Oh, oh. Wenn ich Geld brauche, überfalle ich eine Bank. Amerikaner? Die schicken nicht die Iraner? Was sollten die von dir wollen? Ich glaube, wir haben ein wichtigeres Problem. Sam, im Transporter war eine Kommandoeinheit. Sie treten die Türen ein. Ich tippe auf die Kurzbrigaden. Wenn du mich hier raus und in Sicherheit bringen kannst, dann verspreche ich, dass ich dich belohnen werde. Jedermann hat seinen Preis. Ich will Informationen. Majid, Sadiq. Tut mir leid, aber selbst wenn ich den Namen kennen würde, könnte ich nicht sagen. Mein Geschäft basiert auf Vertrauen. Und jede Regel hat eine Ausnahme. Du kriegst, Sadiq. Wie praktisch. Komm mit. Ich habe einen unterirdischen Fluchttunnel bauen lassen. Er führt zu meinem Privatdog. Oh nein, jetzt muss ich hier babysitten. Solche Menschen mag ich hier überhaupt nicht. Erledige sie. Vorher werde ich hier nicht weggehen. Halte dich bereit. Was? Den hat er nicht ausgeschaltet? Ich habe einen unterirdischen Fluchttunnel bauen lassen. Er führt zu meinem Privatdock. Erledige sie. Vorher werde ich ihn nicht weggehen. Halte dich bereit. Hab einen Bewusstlosen gefunden. Findet raus, wie er ihn umgehauen hat. Hä? Wollte er mich gerade verkackeiern? Komm mit. Ich habe einen unterirdischen Fluchttunnel bauen lassen. Er führt zu meinem Privatdock. Erledige sie. Vorher werde ich hier nicht weggehen. Halte dich bereit. Kampfknockout? Mein Gott, ey. Aber er war doch so gut, hier neben der Tür zu bleiben. Können dich durch dank ihrer Brille auch durch... Erledige sie. Vorher werde ich hier nicht weggehen. Halte dich bereit. Das zählt als Kampfknockout. Sie sind uns im Weg. Ich sehe sie. Ich werde hier warten. Oh Gott. Wir sind hier. Wo wir waren. Spaß. Wieso zählt das denn als Kampfknockout? Fickt dich. Das war's. Bewegung. Wo ist der Tunnel, Nuri? Ganz nah. Wenn das noch nicht eine Falle ist. Wir sind fast am Eingang. Ich blass dir gleich eine Ladung in den Arsch, wenn du mich hier nicht... Rimm, wir nähern uns einem Fluchttunnel. Optionen? Ja, eine. Der Fluss. Ich sehe ein Boot an Noris Privatanlegestelle. Ich kann wieder aus dem Waffenlager eine Knarre holen. Nein. Wenn mich eine Kugel trifft, dann nicht in den Rücken. Halte, Nuri, am Leben Verstärkungen, falls entdeckt. Ja, sicher. Das heißt, ich muss jetzt babysitten und darf nicht entdeckt werden. Das wird ja ein geiler Spaß. Den gucken wir uns dann morgen an, um 20.30 Uhr. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und, äh, bis Moin. Tschüss.